Ja hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs mit mir dem Sascha. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Ja, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir Bett-Bak-Da... Hast du Familie? Ja. Kinder? Sicher hinbekommen. Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nie zum Lachen. Ja, könnte schlecht enden. Bewegung. Geh in Deckung, Junge. Okay, los. Fahrwärts. Alles klar. Ich werde nicht hier sein. Was geht denn hier? Wie smarter die sind, desto beschissener sind sie. Das ist es nicht wert. Fahrsch mich nicht. Warum bist du jetzt eigentlich aufgestanden, Junge? Das müssen wir mir auch erst mal einer erklären. Das ist irre. Okay, jetzt. Ja. Los, los. Nein, 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 nein. Äh. Ich habe keine Kontrolle mehr da über den. Obwohl, da war doch... Nee. Ja, ist gut. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern? Boah, die Dialoge können sich eigentlich mal langsam mal sparen. Naja, dachte ich. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein, du? Wahrscheinlich. Oh, Scheiße, Mann. Bring mich nie zum Lachen. Ja, könnte schlecht enden. So, jetzt machen wir das nochmal mit der Kamera. So, wenn du weg gehst... Jetzt, los. Ja, ja. Ich will das nicht tun. So. Oh, hier war aber auch keine im Gang. Ich sollte nicht hier sein. Das sollten wir alle nicht. So, wer hat mich da eigentlich eben entdeckt? Es war der, oder? Das ist ja nur noch der eine da. Ist ja nur der einer. Fuck, Mann. Ach, ist ja ruhig. Bewegung. Alles klar. Achso, deshalb. Der ist ja durchgelaufen. Ah, okay. Das erklärt das natürlich. Das ist der Rett. Heftige Schlösser, Mann. Geh nur nah genug ran. Nur Ira kann da rein, Mann. Warte eine Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Alter, was ist denn hier los? Der Computer ist da. Also, warum machst du, dass man das nicht in der Welt? Wow. Das kompliziert. Wir haben viel Zeit. Irak war an etwas beteiligt, dass meine Familie angeht. Ich will antworten. Das ist gar nicht kompliziert. Okay. Ich hoffe, Junge, du bist da einigermaßen sicher. Okay, weiter geht's. Ach Gott, es geht wieder nach Zeit. Das krieg ich doch nie hin. Mann. Mann, läuft die Zeit einig? Ah, okay. So kann man es ein bisschen... Ah, okay. 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 Ich weiß, ich kann hier nicht bleiben. Seid aber ruhig. Ich nerv mich nicht. Das war so nicht vorgesehen. Ich sag's dir, Mann. Ich sag dir doch keiner aus Irak. Alter. Hä? Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. Hm. Alter Schwede. Okay, das kann ich nicht checken. Okay. Wie soll das gehen? Ah, okay. 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 Okay, das als allererstes. Okay. Dann kümmern wir uns mal... Ne, das ist das Große. Was kommt als nächstes? Ja, das müsste als nächstes... Mal eins. Ja, wie kriege ich das da hoch? Dumm, 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 dumm. Also, indem ich das so mache... So mache... Und so mache... Dann kriege ich das hier hoch. Dann mache ich das nämlich so... Und dann entriegle ich den so. Gut. Das können wir wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso machen. So. Ach, Entschuldigung. So. So. Okay. Okay. Und... Ach so. Ah, wir müssen natürlich noch von unten eins hochholen. Aber... Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Hä? Wenn ich das wegnehme... Ah, okay. Ne, auch nicht. Hm. Da sperre ich ja komplett alle. Wie soll ich das da hochkriegen? Hm. Das da hoch. Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt gerade davor und denkt... Hey, das ist doch voll einfach. Du Opfer. Ja, ist es vielleicht auch. Aber nicht für mich! Ne, das muss so bleiben, weil... Sonst ist das nämlich blind. Okay. Dinger sind jetzt unwichtig. Ich muss irgendwie... Hier. Hm. Oh, warte mal. Der Computer ist da. Na? Bad Bug? Geh rein. Scheiße, kalt, Mann. Ja, um die Server zu kühlen. Die Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Da, geh da hin. Shit. Was? Beweg dich nicht. Warte, das ist nicht genug. Geh zurück. Was ist da denn los? Bad Bug, was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Und was sieht es denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Andy, kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich lebe dich, Mann, das weißt du. Wer hat dich gekauft? Quinn? Nein. Nein, warte, mach ich nicht. Nein, 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 nein. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Komm, Chris, wir sind Familie. Du weißt, ich warst nicht. Er hat mich gezwungen. Fick doch mal. Er ist ganz nah. Dann kommen sie in den Weißhäus. Ich hab nichts bekommen. Hoffen wir, dass es reicht. Ja, hoffen wir, dass es reicht. Dafür ist BadBug gestorben. Auch wenn es ein Gangster war, ich fand ihn doch irgendwie schon sympathisch. Ich kann nicht mit allen Dingen involviert werden. Ich kann nicht mit den Weißhäusern. Ich kann nicht mit den Weißhäusern. Wenn du was siehst, dann gib mir Scheiß. Was für ein Böser, ne? Du stehst ja nur so rum. Na komm schon. Na, fahrt weiter. Wo ist denn der Victor? Da, ich sehe ihn. Er ist genau da. Ich kann nicht mit den Weißhäusern steuern. Alter, die Karre lässt sich ja gar nicht steuern. Und raus hier. Weg hier. Boah, die Karre lässt sich ja kaum steuern. Oha. Ja, komm her. Boah. Ja, komm her. Uah. Nein. Boah, die Alter, die Karre lässt sich kaum steuern Warum haben die eigentlich immer alle die gleichen Wagenfarben? Ey, die lässt sich nicht steuern Was ist da zum Kotzen? Ja, machen wir mal Das schlechteste Auto wahrscheinlich gerade ausgesucht Nice Verdammt, er hat mich getroffen Ah, ich hab mich Ah, fuck, das sind so viele Ich komm hier nicht raus, jetzt geht's Ich rade ihn gleich, vorbei, gut auf Kommt da noch mal ein Rufschrauber dazu? Frau Blau, ich ramme den jetzt Ah, Mann, diese Karre, die geht mir gerade Thierry ist auf den Geist Ich versuche ihn zu rammen, vielleicht kriegst du das ja Die lässt sich überhaupt nicht Das hat sie echt gebracht jetzt Ja, komm schon Die Schaltung hört sich auch schon ein bisschen übel an Verdammt, schon zu früh Ah, Mann, oh nein, 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 nein Ich hab jetzt gerade wieder auf die Karte geguckt Hoffentlich sind wir nicht verspült, Herr Fabi Boah, die Karre, ey Ich komm nicht raus Wo seid ihr? Da seid ihr Der Mixer will spielen, er hat was dabei Dann nehmen wir uns mal die Karre Ja, mach das Jetzt haben wir mal wieder ein ordentliches Auto hier Neigste? nice das war auch na komm her da war es für dich komm mal her hier bin ich komm mal her 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 sag mir du hast was es war nur ein partialer download aber ich habe etwas sieht aus als wäre der computer voller material über einfach jeden hör dir mal die ordner namen an polizeichef sextape bloom ceo bestechung ctos verstöße iran sitzt auf der gefährlichsten waffe der stadt klar dass die cops abstand halten er hatte wohl ein gespräch mit dem polizeichef kannst du sehen was in den ordnern ist noch nicht ich versuch's gibt es einen ordner zu merlot merlot ja das ist er gut ich bin bald da ja ein bug fernsteuern mission beendet ja leider ist er gestorben ich denke mal das war auch sinn und zweck eigentlich das war auch geplant vom spiel her ja er lebt noch ich dachte nur ich könnte dir mit den antworten helfen du weißt wegen deiner familie dieses video das wir gesehen haben iraq hat mich danach gefragt wollte wissen was ich weiß über rose washington ich weiß nicht wer sie ist aber sie ist in dem video iraq sagt sie ist tot ok danke das könnte helfen ja ja du und ich sind wir quitt wir sind quitt gut gemacht bad bug hey hat überlebt gut müssen wir irgendwie weg herausfinden was haben wir hier wir schalten mal das c2s du hast für aufholen rossi freemont gesorgt jetzt gib mir was gutes iraq hat ne menge schmutz gesammelt sein computer ist voll davon von politikern bis hin zu ctOS manager das merlot ist auch dabei ich wusste es ich hab's dir doch gesagt es ist verschlüssel ich habe keinen zugang aber dieses video aus dem mello der name der frau ist bros washington bros washington ich kenne den namen war sie nicht beim ctOS aiden das ist die goldader ich hab deine ip verfahren jetzt gib mir meine stelle aber es fängt gerade erst an irgendjemandem ist das video wichtig wichtig genug um mich anzugreifen und auch deine nichte vorsicht damien na komm ich weiß dass du das genau wie ich zum ende bringen willst das war nicht der deal oh aber doch du sagst es ist verschlüsselt dann bist du noch nicht fertig nein das wirst du nicht tun ich kann tun was ich will hey ich bin's nikki wie geht's dir ich bin müde sie kümmern sich um mich aber komm und hol mich bitte ja okay da sind noch andere bei dir ja das ist gut sei auf alles gefasst ich werde bald kommen ich muss jacks sehen wie geht es ihm er ist ein tapferer junge er kommt nach seiner mutter aber er ist genauso stur wie sein onkel ja das ist er wohl er akzeptiert nicht einfach anleihen Zeit um ta ta er hat da ich mag den Typ auch nicht damit hätte ich bei dem ihn rechnen müssen er kriegt den Hals nicht voll komisch er will immer noch mehr okay eins nach dem anderen ich brauche den Rest von IREX Material dann habe ich den Hebel und dann kümmere ich mich um dem was so kommt ihr auf einmal her ja ja danke es war nett sie zu treffen können wir ihnen hey das war meiner komm ich denn da hoch ok ok was 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 willst du nicht verstecken ja was wer schießt denn da was wer schießt denn da was wer schießt denn da wer hat denn da geschossen würde mich verarschen oh mein gott oh mein gott er schießt ach nö aus der wager wer auch nö nicht schon wieder ich bin schon wieder am hafen nein 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 ich will nicht in den hafen ja mach mal da habe ich doch gut aber wir machen jetzt wieder eine pause 20 min sind länger um wenn es euch gefallen hat schreibt es bitte in die kommentare wenn nicht sehen wir uns in der nächsten folge wieder neben bezeite wenn es euch gefallen hat daumen nach oben wenn ich schreibe es in die kommentare und wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge wieder wenn es heißt let's play watchdogs mit dem sascha dankeschön ciao